Ja, guten Abend Hamburg, oder sollte ich besser sagen Moin Moin. Ich bin lernfähig. Gut, also ich bin Psychologin, verzeih, ich bin Psychologin, bin wie gesagt sehr lernfähig. Und wenn ich das Wort Psychologin höre, dann schlagen mir so gewisse Vorstellungen von Menschen entgegen, was die da so von mir erwarten. Zum Beispiel dieses Bild von einer sprechenden Person, die er lagen, auf einer Couch interessanterweise klagt und einem Zuhörer, der gelegentlich zustimmend nickt und sehr viel Raum fürs Reden lässt. Da muss ich sie enttäuschen, wenn überhaupt das Klischee zutrifft, dann auf den Psychotherapeuten. Er hat tatsächlich Psychologie studiert, dann aber noch eine zusätzliche Ausbildung und ist abprobiert und hat quasi die Lizenz zum Therapieren. Das mache ich nicht. Vielleicht denken Sie an Psychopharmaka, Depressionen, so die ganzen schönen Muntermacher. Das mache ich auch nicht. Das ist der Psychiater. Ich habe keinen Rezeptblock. Manchmal hätte ich gerne einen. Er hat Medizin studiert, dann sich entschieden, ich konzentriere mich auf den Kopf und hat dann die Facharztausbildung beendet und am Ende hat er eben die Möglichkeit, Medikation einzusetzen, also anders ausgedrückt Drogen zu verschreiben. Das darf ich auch nicht. Eine Psychologin sieht zum Beispiel so aus wie ich. Ich repräsentiere das, finde ich sehr, sehr gut. Die Jeans habe ich schon mal. Und Tatsache, habe ich Psychologie studiert, sogar zusätzlich noch promoviert, aber im Grunde darf ich beraten. Anders ausgedrückt, mein Werkzeug ist die Sprache. Ich merke, sie sind nicht überzeugt, aber ich muss ihnen verraten, die hat eine Menge zu bieten. Wir wissen, dass Sprache motiviert. Es kommt nicht immer darauf an, wer vorträgt. Manchmal kommt es auch darauf an, was vorgetragen wird. Hier mal ein bisschen Wissenschaft, das ist ja ein Science Slam. Also, Sprache motiviert, das wussten schon Tamir und Mitchell. Und im Grunde haben sie gesehen, wenn wir Menschen die Möglichkeit geben, zu reden, zum Beispiel hier. Dann werden im Gehirn Motivationszentren aktiv. Sehen Sie hier mit Pfeilen dargestellt. Und besonders gut ist das, wenn die ihre eigene Meinung sagen dürfen. Und am besten, am allermotivierendsten ist es, wenn sie über ihre Gefühle sprechen dürfen. Das werde ich heute ganz exzessiv nutzen. Nichts motiviert so sehr wie ein Science Slam. Man kann allen Frust mal rauslassen. Aber Sprache hat noch mehr drauf. Sie simuliert Verhalten. Kurzer Exkurs in die Neuroanatomie. Sie haben hier den Motorkortex, also den Bereich des Gehirns, der für ihre Bewegung zuständig ist. Und das ist nicht willkürlich. Benachbarte Hirnbereiche repräsentieren benachbarte Körperteile. Also zum Beispiel ihr Fuß wird neben ihrem Unterschenkel und Oberschenkel dargestellt. Ja, wie so ein kleines Männchen, der Homunculus. Das wurde schon oft gezeigt. Zum Beispiel hier eine Studie von Hauck und Kollegen. Ja, Sie sehen, dass Mundbewegung neben Hand, neben Fußbewegung dargestellt ist. Alles alter Käse. Aber das Spannende ist jetzt hier, die Teilnehmer liegen völlig bewegungslos da. Und sie sehen Aktivität in ähnlichen Hirnbereichen. Ähnlich systematisch dargestellt. Und jetzt kommt's. Die haben einfach nur gelesen. Also Lesen von Mundwörtern, zum Beispiel Sprechen, oder Handwörtern, zum Beispiel Greifen, aktivieren Motorkortizes. So als würden sie sich bewegen. Ja, also wenn ich über Fußball lese, dann ist das eigentlich so, als wäre ich ein Fußballprofi, aber eine Kleinigkeit, meine Muskeln trainiere ich dabei nicht. Okay. Also da ist was Wahres dran. Ja, drüber sprechen ist fast so, als würde man es tun, aber eben nur fast. Also Sprache motiviert, sie simuliert Verhalten. Und jetzt kommt's. Das ist nur das Wort und die Prosodie. Aber es gibt ja auch Körpersprache. Und die ist besonders in meinem Einsatzgebiet wichtig. Hat eigentlich irgendjemand eine Idee, wo ich Arbeit gefunden habe? reinrufen. Industrie. Ja, das wünschte ich. Da wäre mein Gehalt anders. Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Da ist Körpersprache sehr wichtig. Bundestag. Ich arbeite an Schulen. Also ich bin Schulpsychologin. Das sind so typische Kunden, Klienten von uns. Und falls Sie es nicht mitgekriegt haben, die Schule hat sich extrem verändert. So sah es natürlich bei mir aus, zu meiner Schulzeit. Mittlerweile gibt es aber auch gelegentlich solche Fälle von Schulklassen. Ich betone mal ein paar Aspekte, damit Sie wissen, wo Sie am besten hingucken. Also zum Beispiel hier die Papierknäule und das Flugzeug. Wenn das nicht reicht, gibt es immer noch Bücher. Und wenn das nicht reicht, nutzen wir die Fäuste. Andere neue Methoden, die es zu meiner Zeit noch nicht gab. Und ganz schlimm, die Superwaffe schlechthin, das Handy. Und dem gegenüber steht jetzt die Sprache. Und das ist nur, was wir sehen. Wir hören nämlich das hier. Die ganze Zeit. 45 Minuten, kurze Trinkpause, Klopause und weiter geht's. Also Sie haben so einen Eindruck. Und jetzt ist die Frage, wie helfe ich da? Ja, was mache ich genau? Wie wende ich Forschung an in dem Fall? Was trage ich bei? Ich nutze die Sprache auch, um wissenschaftliche Konzepte an den Mann zu bringen. Oder auch die Frau in dem Beispiel. Zum Beispiel das Reframing. Erklärung in Psychologie immer sehr, sehr kompliziert. Mit einem in der Umdeutung geschulten Menschen, Mia, ist es durch Kommunikation möglich, Reden, Szenen in einem anderen Blickwinkel beziehungsweise Rahmen erscheinen zu lassen, sodass er es den Beteiligten erleichtert, mit der Situation umzugehen. Also anders ausgedrückt, ich kann so gut quatschen, dass das dann weniger schlimm wird. Beispiel dafür, typischer Gedanke, Verzeihung, so ein Scheiß, immer trifft es mich, aber jetzt kommt die Psychologin und sagt, ja, jetzt können Sie mal testen, wie gut Ihre Reinigung ist. Oder, Aufzug ist außer Betrieb und nein, ich bin eh schon spät dran. Ach, Sie haben ein paar extra Minuten, um sich mental auf Ihre Arbeit vorzubereiten, mit einer guten Entschuldigung. Was Sie merken, sehr künstlich generierte Erklärung. oder wie parkt denn der? Achten Sie bitte, die Fahrerseite ist in beiden Fällen gut zugänglich. Also ich kann direkt losfahren. Ja, so. Und jetzt hier die Krönung. Da bin ich auch mit meinem Reden am Ende. Fällt mir auch nichts mehr ein. Okay, ein anderes, sehr, sehr wichtiges Konzept meiner täglichen Arbeit ist die Ressourcenorientierung. Methoden, Vorgehensweisen und Haltung, die die persönlichen wie auch zwischenmenschlichen Potenziale, Stärken oder Kraftquellen von Individuen in den Vordergrund stellen. Kein Wort verstanden. Anders ausgedrückt, jedes Verhalten hat auch was Positives, wenn man lang genug sucht und reden kann. Okay, wenden wir mal beides an. Ja, einen anderen Rahmen bieten, der den ganzen, der sozusagen einen entspannten Blickwinkel ermöglichen soll und die Stärken dieser hochmotivierten Leistungsschüler. Schauen wir uns nochmal die Szene an. Ja, wir haben eigentlich hier Müll und Papierflieger, aber man kann auch sagen, hey, die hatten extra Zeit, um was zu basteln. Wie kreativ sind die denn? Nächstes Beispiel. Ja, der nimmt das Buch als Waffe, erster Blickwinkel. Wow, der weiß, welches Buch er heute mitbringen muss. Achten Sie bitte auf die anderen Kinder. Die haben gar keine oder die falschen Bücher mit. Und jetzt kommt die Krönung. Ja, allen Klischees. Kevin, Justin, Pascal holt die Fäuste raus. Ja, muss auch mal sein. Ja, das ist hier ein Science Slam. Das fällt schon schwer, ne? Aber sie haben ja mich, also ich mache es ja täglich. Also er weiß, wer die Autorität im Raum ist und er zeigt ganz deutlich durch seine Körpersprache, dass ihm etwas missfällt. So was habe ich dann, so was haue ich dann raus. Andere Beispiele, nur man kann sagen, Respektlosigkeit den Lehren gegenüber, man kann aber auch sagen, Vorsicht, weiterentwickelter Kommunikationsmechanismus in Bezug auf Körpersprache, um Missfallen auszudrücken. Also eigentlich sind das Sprachgenies, wie auch er. Und jetzt kommt das Handy. Ja, man darf es nicht wegnehmen, man darf es nicht verbieten. Was macht man damit? Boah, der ist aber technikaffin. Der wird unser Technikexperte. Ja, also sie merken diese anfangs wirklich furchtbar erscheinende Situation. Scheint vielleicht jetzt lustiger. Auf jeden Fall nimmt man den Stress raus. Und was ich jetzt mache seit März ist, im Bereich der Schulpsychologie mir zu überlegen, wie kann man eben, Verzeihung, Kevins und ähnliche Schüler integrieren, dass sie eben eher unserem Bild entsprechen und den Rahmen einer Schulklasse nicht unbedingt sprengen. Also, Fazit, Sie wissen jetzt definitiv, was eine Psychologin kann, reden. Sie wissen, dass Sprache sehr motivierend sein kann und man kann eben die Sprache nutzen, um bestimmte psychologische Konzepte näher zu bringen. Zum Beispiel das Reframing, es kann immer noch schlimmer kommen. Also, der Rahmen wäre dann wissenschaftlich, danke, wissenschaftlich ausgedrückt, hätte auch mein Kopf sein können. Ja, das wäre der andere Rahmen. Und abschließend, hoffentlich haben Sie jetzt eine neue Sicht der Dinge und noch einen schönen Restabend. Danke, Hamburg. Katja Weiberth, vielen, vielen Dank. Dein Applaus. Und weiterhin alles Gute in der... ... ...